Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 63 vom 6. Juli 2017, wie immer mit mir, Philipp Banse. Und mit Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur letzten Lage der Nation vor der Sommerpause 2017. Genau, das muss man dazu sagen. Wir, sagen wir mal, unsere Urlaubsplanung haben sich eher seriell als parallel gestaltet. Deswegen ist es jetzt so, dass wir uns Anfang September wieder zurückmelden, rechtzeitig zur Bundestagswahl und euch hier in die Sommerpause entlassen. Wir werden wahrscheinlich vielleicht, ich denke mal, das ein oder andere Mal uns noch von unterwegs zu Wort melden. Allerdings nicht im traditionellen Lagekostüm, sondern eher mit anderen Wortmeldungen. Aber so dieser wöchentliche Rückblick, den wir hier zum Wochenende hin, sagen wir mal, aufnehmen und präsentieren, den wird es so in seiner Form erst wieder im Anfang September, Ende August, Anfang September geben. Einenfalls mal als Surprise. Ja, wir machen da keine konkreten Versprechungen, aber erstmal macht sozusagen die wöchentliche Lage Sommerpause, um dann wieder frisch gestärkt zur Bundestagswahl aus dem Gebüsch zu springen. So ist es, Endspurt vor der Wahl, da sind wir wieder da. Genau. Wir haben ein paar neue Hörer, deswegen ganz kurz. Philipp ist mein Name, ich bin Journalist und Podcaster. Ulf ist Jurist, Verfassungsrechtler und seit neuestem auch am Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Das ist so das Duo, was sich hier zusammensetzt und wir fangen an mit unserem ersten Thema und das muss natürlich sein, der dreuende G20-Gipfel in Hamburg. Jo, da muss man nämlich leider sagen, gibt es auch eine ganze Reihe von traurigen Meldungen, wenn man ehrlich ist, insbesondere was das Verhalten der Polizei angeht in Hamburg, das macht mir persönlich jedenfalls große Sorgen und auch vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Tagen. Aber bevor wir zum Thema Demo kommen, müssen wir ja zunächst mal sagen, worum geht es denn eigentlich? Es treffen sich in Hamburg ab morgen, ab Freitag die G20. Das ist, wenn man so will, ein Treffen der Chefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und dazu muss man wissen, da geht es nur um die wirtschaftliche Stärke. Also es geht da um, wenn man so will, etwas polemisch um den Club der Reichen, das heißt also ärmere Staaten der Welt sind typischerweise nicht vertreten, sondern die 20 reichsten Staaten oder auch Staaten, die so in den letzten Jahren wirtschaftlich eine ganze Menge Fortschritt gemacht haben. Beispielsweise Brasilien gilt so als ein Land, das jedenfalls wirtschaftlich betrachtet Fortschritte gemacht hat oder Indien ist ein anderes. Das ist ein Brick-Staat, ne? Brasilien, Russland, Indien, China. Genau. So, das ist so Brick. Genau. Das waren die 5? Bricks, die das… Bricks, Indien, China, also ich meine… Oder sind es nur die 4? Die sind nur die 4, von denen immer so als so Fast-Industrienationen auf dem Weg dahin und eigentlich schon da. Okay, auf jeden Fall, die Chefs dieser 20 Länder treffen sich in Hamburg auf Einladung von Angela Merkel. Das hat sie ganz geschickt eingetütet, dass sie jetzt quasi auf den letzten Metern des Wahlkampfs in Deutschland nochmal die große internationale Bühne nach Deutschland geholt hat, nach Hamburg. Man kann sich allerdings darüber streiten, wie geschickt es war, diese Bühne ausgerechnet mitten in der Innenstadt aufzubauen. Die letzten G20 oder G-Gipfel waren ja häufig in vergleichsweise abgelegenen Gegenden, also zum Beispiel Rostock, G7 2007. Ja, Rostock war es nicht wie es. Wie hieß das? G8 2007, sowas. Das hieß doch, das war doch nicht in Rostock direkt, sondern das war doch in so einem… War in der Münde. Nee, das war in so einem Küsten… Küstenort, jedenfalls um die Ecke war das jedenfalls. Ja, genau, an der Ostsee. Das hatten sie irgendwie gut gemacht, das war so ein bisschen am Ende der Welt und dann gab es mal vor einiger Zeit einen großen Gipfel in Elmau in Bayern, das war auch ganz am Ende der Welt. Und jetzt aber findet es statt in Hamburg in den Messehallen, das ist also, wer Hamburg ein bisschen kennt, wirklich mitten in der City. Heiligendamm war es. Heiligendamm, genau. Und jetzt ist es eben mitten in der City in Hamburg, wer Hamburg so ein bisschen kennt, da steht ein Fernsehturm mittendrin und da drunter sind die Messehallen und da soll das jetzt also stattfinden. Und da kann man sich vorstellen, so ein Ort ist einfach nicht so wahnsinnig gut zu schützen. Es gibt ja eine ganze Menge von Bedrohungen, über die man nachdenken kann, insbesondere natürlich Terroranschläge könnte es theoretisch geben, aber viele Menschen in der Hamburger Politik oder auch in der Bundespolitik fürchten sich auch vor gewalttätigen Demonstranten. Wie berechtigt das ist oder nicht, dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls mitten in einer dicht besiedelten Stadt so einen G20-Gipfel abzuhalten, das ist schon mal eine steile Ansage. Aber irgendwie hat sich doch auch sonst keiner gemeldet. Ich glaube Olaf Scholz, der Bürgermeister von Hamburg, war so der Einzige, der das Ding haben wollte und irgendwie wollte es niemand machen aus den von dir genannten Gründen und ich glaube Olaf Scholz hat dann so die Hand gehoben und gesagt, hier, das machen wir so im Sinne von Deutschlands neue Hauptstadt, kann sich nicht wegdrücken und wir machen hier so eine Ressence von Hamburg und präsentieren uns ganz staatsmännisch und weltoffen und staatstragend und machen hier G20. Aber worum geht es denn da inhaltlich? Das ist das Schwierige, es gibt nicht so eine richtig klare öffentlich bekannte Agenda, es ist im Wesentlichen so ein Treffen der Staats- und Regierungschefs dieser G20, damit die sich gelegentlich mal sehen und dann gibt es eine sehr weite Agenda, die immer so mittelbar durchsickert durch die Presse. Also ganz klar weiß man gar nicht, worüber sie reden sollen, aber Themen sind zum Beispiel natürlich die Bekämpfung des Terrorismus, aber auch Umweltthemen zum Beispiel sollen erörtert werden, also im Prinzip alle Themen, die die Welt zur Zeit beschäftigen und die sollen eben im Club der vergleichsweise wohlhabenden Staaten diskutiert werden. Und so ein Treffen wäre, sagen wir mal isoliert arrangiert worden, was das für ein Aufhebens gegeben hätte, was das für ein Aufwand gewesen wäre, was das für ein Event geworden wäre. Und so bieten halt diese G20-Treffen so die Gelegenheit, dass sich diese beiden auch mal so am Rand treffen. So, da wird dann drüber geredet, das wird auch erwähnt, aber es ist nicht so wie damals, weiß ich nicht, Reagan und Gorbatschow treffen sich in Reykjavik, um irgendwie den Weltfrieden zu bewahren, sondern das ist so, das funktioniert dann halt so nebenbei und das ist auch ein Zweck dieser Gipfel, dieser Treffen, dass sich halt diese Leute und vor allen Dingen ihre Mitarbeiter, ihre Stäbe, ihre Berater, die Sherpas, also die Leute, die einem helfen eigentlich auf den Everest zu kommen oder auf die Berge rauf zu kommen und das Gepäck hochzutreffen. So bezeichnet man halt die engsten Mitarbeiter und Berater dieser Regierungschefs und die treffen sich da halt auch und schnacken und um halt eben auch so kurze Kommunikationswege zu etablieren im Fall von Problemen. Ja, also das ist so die Grundidee vom G20, aber es gibt daran auch eine ganze Menge an Kritik, das muss man sehr deutlich sagen, die vor allem kommt aus der Ecke derjenigen, die man so pauschal als Globalisierungsgegner bezeichnet. Also von Amnesty bis Attack gibt es einfach sehr viele Gruppen, die sagen, dass dieser G20 auch ein großes Problem ist. Man kann sich dann, man kann das noch ein bisschen unterteilen, diese Kritik. Die einen sagen, G20 ist als solches ein Problem, dass es diese Gruppe überhaupt gibt, dass überhaupt quasi die reichsten Staaten der Erde sich zusammensetzen und letztlich Beschlüsse fassen oder Absichtserklärungen abgeben über die Zukunft des Planeten insgesamt. Das ist ja schon auch ein Legitimationsproblem, ja, wieso können eigentlich diese 20 Staaten oder deren Chefs über das Schicksal von fast 200 Staaten entscheiden, kann man sich fragen. Und dann gibt es andere, die sagen, das ist nicht das Problem, dass die sich überhaupt treffen, denn es gibt ja globale Herausforderungen, die auch global gelöst werden müssen. Jenseits der Legitimationsfrage ist es ja gut, wenn die wirtschaftlich stärksten Staaten sich mal zusammensetzen. Das Problem sei eher, was denn quasi die Inhalte sind, also welche Politik diese G20 inhaltlich verfolgen. Da habe ich ein ganz interessantes Interview jetzt gelesen mit Heike Löschmann, die arbeitet bei der Böll Stiftung, das ist also die grünen nahe politische Stiftung, die ist vom ZDF interviewt worden, packen wir in die Shownotes den Link. Hau gleich mal ins. Ist schon drin, ist schon hier im Pad. Und die sagte auch, also G20 symbolisiert die Ungerechtigkeit des Welthandels einfach für viele Menschen, weil der Welthandel eben tatsächlich momentan nicht unbedingt dazu angetan ist, dass die ärmeren Staaten der Erde reicher werden. Und die reichen vielleicht ein bisschen was abgeben, sondern ganz im Gegenteil. Das ist aber vor allem ein symbolisches Problem. Heike Löschmann glaubt nicht, dass die Abschaffung des G20 eine Lösung wäre, sondern sie sagt, das eigentliche Problem ist die Agenda, die die G20 verfolgt. Sie sagt, wenn man das abschaffen würde, das würde als solches auch deswegen schon nichts bringen, weil ja die einzelnen Mitglieder trotzdem so reich und so mächtig blieben, wie sie eben sind. Das Problem sei, laut Heike Löschmann, dass die G20-Staaten eben eine neoliberale Politik weiterhin verfolgten. Also die Kernthesen von Neoliberalismus sind ja Deregulierung, also Handelsschranken zwischen Staaten sollen abgebaut werden. Das klingt erstmal gut, wenn man Handelsschranken abbaut. Das führt aber auch dazu, dass die Staaten natürlich in einem unmittelbaren Wettbewerb stehen. Und da tritt zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel rauszugreifen, was das Problem sein könnte bei Globalisierung. Und da treten dann eben auch Sozialsysteme in Wettbewerb. Das heißt, da gibt es dann schnell so einen Wettbewerb der Scheußlichkeiten. Wer am wenigsten soziale Sicherung hat, kann am billigsten anbieten und so weiter. Also wie gesagt, wir können das Thema Globalisierung bei der Gelegenheit jetzt nicht umfassend diskutieren. Aber ich wollte nur mal so ein Schlaglicht darauf werfen, welche Probleme man durchaus haben kann mit der gegenwärtigen Welthandelsordnung. Und das wiederum, so Heike Löschmann, wird symbolisiert durch den G20. Und da kann man sich vorstellen, da gibt es einfach viele Menschen auf der Welt, viele Menschen auch in Deutschland und in Europa, die den G20 sehr kritisch sehen, entweder als solchen oder als Symbol für eine falsche Politik. Und jetzt haben die sich natürlich auch aufgemacht nach Hamburg. Jetzt nicht erst seit heute, sondern schon seit ein paar Tagen und haben zum Teil friedlich demonstriert. Aber zum Teil gab es auch, sagen wir mal, gewalttätige Proteste. Können Sie das mal aufschlüsseln, was da passiert ist? Ja, wenn man ehrlich ist, gewalttätige Proteste waren bislang wirklich die große Ausnahme. Es gab bislang vor allem große Diskussionen um die Art und Weise, wie überhaupt demonstriert werden kann. Das eine, wo sich so ein bisschen die Diskussionen daran entzündet haben, der Stein des Anstoßes quasi, war ein großes Protestcamp. Es war also ein Camp geplant für bis zu 10.000 Menschen, also ein Zeltlager. Das war ursprünglich mal im Stadtpark, also in der Innenstadt von Hamburg geplant. Das hat die Stadt dann da nicht erlaubt. Das Bundesverfassungsgericht musste dann letztlich eingreifen und hat gesagt, liebe Leute, ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, das ist nicht mal eine Demo, so ein Camp. Das geht so pauschal nicht. Ihr müsst es schon erstmal einsweilen als eine Demo ansehen, also davon ausgehen, dass es grundsätzlich vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit geschützt ist. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht Beschränkungen machen könnt und nach vielen Diskussionen haben sich dann die Veranstalter mit der Polizei zunächst mal darauf geeinigt, dass es Camp nicht in der Innenstadt stattfindet, sondern am Stadtrand. Dann ist das Camp quasi nach Entenwerder verlegt worden und die Polizei hat aber weiter an einer sehr harten Linie festgehalten und hat insbesondere nämlich versucht zu verhindern, dass dort Schlafzelte aufgestellt werden. Das heißt also, sie haben gesagt, so ein Camp, okay, aber nur quasi mit Zelten für Versammlungen oder für Kunst oder was auch immer, aber keine Zelte zum Schlafen und das ist natürlich jetzt offensichtlich nicht der Sinn eines solchen Camps und viele Kritiker des G20 haben allein schon diese Anti-Schlafpolitik des Hamburger Senats als eine massive Provokation angesehen und ich persönlich kann das verstehen. Ich meine, was spricht dagegen, wenn es ein Zeltlager gibt von Menschen, die den G20 kritisch sehen? Also das wird, ich muss ganz ehrlich sagen, auf den ersten Blick ist das überhaupt nicht nachzuvollziehen, es sei denn, man hat grundsätzlich was dagegen, dass protestiert wird und das ist ein bisschen der Einschein, der entstanden ist. Also das Argument der Polizei war, naja, in so einem Camp können sich natürlich auch Gewalttäter zurückziehen, aber da muss man sagen, das können sie überall, die können sich auch im Hotel verstecken oder die können sich in Privatunterkünften verstecken und so. Was ist dann da passiert? Wie hat es dann geendet? Ja, das ist ein Prozess, der weiter läuft, also ein Prozess im weiteren Sinne, ein Ablauf, der ja noch im Gange ist, nachdem also, dann gab es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg, das gesagt hat, Entenwerder ist okay und ihr dürft da auch eure Zelte aufbauen. Dann ist das passiert und dann hat die Polizei zu nachtschlafender Stunde dieses Zeltlager aber einfach geräumt, entgegen der Gerichtsentscheidung, weil sie gesagt haben, nö, also Gerichtsentscheidung, schön oder gut, die wird bestimmt noch korrigiert, die Entscheidung und wir räumen einfach schon mal. Das fand ich das geilste Argument. Das ist das allergeilste und ich meine, mal ganz ehrlich, dann kann man das mit dem Rechtsstaat auch einfach lassen, ja, wenn die Polizei sagt, die Entscheidung ist falsch. Dieses Gesetz werdet ihr, glaub mir, dieses Gesetz werdet ihr irgendwann wieder ändern, genau. Und wir machen einfach schon mal, was wir wollen, ja, wir machen, was wir so als Polizei irgendwie cool fänden, vielleicht wird es ja später mal Rechtslage. Jedes Gesetz wird irgendwann mal geändert, zeig mir mal das Gesetz in der Bundesrepublik, was noch nicht geändert wurde, so. Je neuerdings ist ja sogar die Majestätsbeleidigung entfallen, Philipp, ne, nichts hat Bestand, ja, alle Majestät ist gefallen, sogar die Majestät des Gesetzes. Also das ist kein Argument, das ist kein Argument. Man muss allerdings der Fairness halber sagen, das ist ja, und das ist schon fast eine Ironie der Geschichte, also erst räumt die Polizei letztlich illegal so ein Camp, ja, was in einem Rechtsstaat schon ein echter Knaller ist, was auch auf Twitter einen Riesensturm der Entrüstung nach sich gezogen hat. Dann, nachdem das passiert war, hat allerdings das Verwaltungsgericht gesagt, dass dieses Verbot rechtlich okay war. Das muss man schon fairerweise dazu sagen, also erst bricht die Polizei das Recht, weil sie sagen, das Gericht könnte ja seine Meinung ändern und das Gericht peinlicherweise macht das dann auch. Also gut, wie man das auch immer sehen will, aber ich finde, da muss man einfach, da muss man einfach schon verlangen, dass gerade aktuelle Gerichtsentscheidungen auch umgesetzt werden, selbst wenn man die als Polizeiführung noch so dämlich findet, das geht einfach nicht. Ja, zumal, wenn man sich dann über die USA lustig macht, weißt du, mit ihrem So-called Judge und so, da stellen sich alle hin und machen sich über die USA lustig und dann passieren solche Sachen, sieht nicht gut aus. Ja, und da muss man auch sehen, also dass ein Verwaltungsgericht im Nachhinein sagt, die Schlafzelte können unter irgendwelchen Voraussetzungen verboten werden, auch nicht alle. Ja, das Oberverwaltungsgericht hat inzwischen, ich glaube, 300 Schlafzelte zugelassen, bei der Zahl bin ich mir nicht ganz sicher. Also das Hickack geht weiter, aber selbst wenn es rechtlich irgendwie möglich ist, unter strengster Anwendung der Rechte und der Grundrechte das irgendwie einzuschränken mit den Schlafzelten, da muss man sich doch immer noch fragen, ist denn das wirklich sinnvoll? Es gibt ja in unserer Rechtsordnung nicht den Grundsatz, dass die Polizei maximale Freiheitseinschränkungen vornehmen muss, sondern sie soll eigentlich nur Gefahren abwehren. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ob denn das nicht als solches schon eine massive Provokation ist, wenn die Polizei hingeht und sagt Schlafcamp von G20-Kritiker, nö, wollen wir nicht. Das klingt so ein bisschen so, als wenn das eigentliche Problem nicht Gewalt ist, sondern als wenn das eigentliche Problem Kritik überhaupt ist. Wenn man so nicht etwa einen gewaltfreien G20 herbei durchsetzen will als Polizei, sondern überhaupt einen Protestfreien ist. Ja, man könnte das ja noch nachvollziehen, wenn das Camp an der Stelle wäre, wo halt, sagen wir mal, wenn nicht geschlafen wird, sondern tagsüber irgendwas anderes passieren muss, wo man durchfahren muss, wo irgendwie, keine Ahnung, diese Veranstaltung selber stattfinden soll oder oder oder. Das ist ja nicht der Fall. Dann würde man sagen, gut, deswegen könnt ihr dann nicht übernachten, weil wir kriegen euch da nicht wieder weg. So, wenn sozusagen die Demo beendet ist. Aber auf Entenwerder ist einfach woanders. Also da können die ruhig pennen. Du kennst Hamburg besser als ich, das ist ziemlich weit weg von Innenstadt. Ja, das ist schon, also auf jeden Fall nicht da bei dem Essen. Ja, und dann, ja, das ist halt auch so ein Argument, dass dann gesagt wird, na, das ist ja eigentlich ein Park, ne? Der steht dann ja während dieser Demo da nicht der Allgemeinheit zur Verfügung. Da muss man sagen, wenn die Rolling Stones auftreten wollen, ist das auch kein Thema, ne? Dann ist halt auch in Entenwerder mal ein paar Tage Ausnahmezustand, weil eben die Bühne auf- und abgebaut werden. Ja, also das sind immer, ich finde das sind auch so die unguten Begleiterscheinungen dieser, dieser GX-Gipfel, dass man immer den Eindruck hat, dass da das Demonstrationsrecht schon auch mit Füßen getreten wird. Und über die Maßen, furchtbar, ja. Und über die Maßen eingeschränkt wird. Und wo man sagen muss, wo man auch immer dran erinnern muss, Leute, das ist kein, das ist kein nice to have, was einem der Staat großzügigerweise zugesteht. Im ganzem Gegenteil. Ja, so, ja. Das ist ein fundamentales Recht, was per se existiert und der Staat muss legitimieren, warum er das unter Umständen einschränken will. Ja, und zwar unter strengster Prüfung, ob das wirklich zwingend erforderlich ist. Und wie gesagt, deswegen hätte ich mir da auch gewünscht, selbst wenn das Verwaltungsgericht das letztlich akzeptiert hat, hätte ich mir einfach gewünscht, dass die Polizei sagt, hey, okay. Ja, es gibt halt Menschen, die finden G20 doof, warum auch immer. Und die müssen das ausdrücken können. Ich meine, das ist doch letztlich ein Kennzeichen einer reifen Demokratie, dass man eben verschiedene Meinungsäußerungen duldet. Und wir regen uns wahnsinnig auf über autoritäre Staaten, die Demos unterdrücken und zusammenknüppeln. Und die Hamburger Polizei macht das jetzt vielleicht nicht ganz so brutal, aber auf jeden Fall versuchen sie nach Kräften öffentlichen Protest zu unterbinden. Und das finde ich persönlich, finde ich wirklich unerträglich. Dazu passt auch ein zweiter Punkt, den vor allem auch Amnesty sehr kritisch gesehen hat. Rund um diese Hamburger Messehallen ist demofreie Zone und zwar auf einer Fläche von 38 Quadratkilometern. Also ein Großteil des Hamburger Stadtgebiets ist komplett demofreie Zone und zwar ohne jede Gefahrenabwägung. Es wird überhaupt nicht gefragt, wer will da demonstrieren, wie wollen die Leute demonstrieren, ist überhaupt nicht das Thema. Es wird einfach gar nicht demonstriert, wenn es nach der Hamburger Polizei geht. Dagegen wird natürlich auch geklagt, unter anderem von vier ehemaligen Mitgliedern der Haie. Das ist eine Gruppe von linken Jurastudierenden in Hamburg und die werden vertreten von Anwältinnen und Anwälten, die teilweise Mitglied im Republikanischen Anwaltsverein sind. Das ist auch eine vergleichsweise linke, aber durchaus anerkannte Anwaltsvereinigung. Den Vorsitzenden ist ein ganz guter Bekannter von mir. Da haben wir der Berliner Anwalt Peer Stolle. Und ja, dass das eben ehemalige Mitglieder der Haie sind, die da klagen und dass die von Leuten aus dem RAV vertreten werden als Anwälte, das nimmt die Polizei zum Anlass, als solche schon die Demos, die die durchführen wollen, für gefährlich zu halten. Nur weil die Leute links sind. Und zwar links nicht im Sinne von links radikal oder gewaltverherrlichen, sondern einfach nur gesellschaftskritisch. Die stellen schon so Fragen wie, wird das Recht nicht als Instrument durchgesetzt, um die bestehende Wirtschaftsordnung zu schützen? Klar, die stellen schon kritische Fragen, die legen schon den Finger in die Wunde, aber das hat mit Gewaltbereitschaft nichts zu tun. Und das alleine soll schon ein Argument sein, wenn man mal diesen Schriftsatz liest von der Hamburger Polizei, um die Klage zurückzuweisen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird mir heiß und kalt. Wenn man sich nicht mal mehr politisch engagieren darf als Student oder wenn man sich den Anwalt oder die Anwältin nicht mehr frei wählen kann, weil dann gesagt wird, dein Anwalt ist uns zu links und deswegen verlierst du jetzt. Ich meine, das ist, wie gesagt, nicht keine Gerichtsentscheidung, das ist eine Idee der Polizei, aber da zieht es nämlich Schuhe aus. Also ich denke, das ist das, was man jetzt zu dieser Lage da sagen kann? Ja, also wie gesagt, was mich daran stört, ist die insgesamt demofeindliche Haltung, das hast du schon gesagt. Und wer demonstriert wird als solcher als Störer wahrgenommen. Das Problem ist nicht mehr, wer Gewalt ausübt, dass man bei einer Demo keine Gewalt ausüben darf, keine Steine werfen, ist überhaupt nicht die Frage. Völlig klar, aber das ist nicht mehr der Punkt. Es wird nicht mehr geguckt, wie gefährlich sind die Leute, sondern es wird zum Problem, dass Leute links sind oder dass Leute überhaupt demonstrieren wollen. Wie gesagt, 38 Quadratkilometer Demo, freie Zone. Und dazu hast du, Philipp, eben, denke ich, das Nötige gesagt. Es ist kein staatlicher Gnadenakt, es ist ein Grundrecht. Und ich meine, was man immer wieder sagen muss, gerade in Deutschland, ohne Demonstrationen hätte es in der DDR keine Revolution gegeben. Punkt. Ja, das ist, das muss man immer wieder, ich will damit jetzt keinen Systemvergleich anstellen. Ja, aber das muss man einfach mal dazu sensibilisieren dafür, was das, das ist nicht einfach so, ja, wir, 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 ne, wir geben euch gnädigerweise dort ein Fleckchen, auf dem ihr eure Meinung mal kundtun könnt. Und bitte klatschern auch, dass wir, dass wir euch das zugestehen. So ist es einfach. Genau, und diese, genau, diese Demos sollten irgendwie stattfinden auf irgendeinem Acker in Schleswig-Holstein. Ja, das war so die Idee, damit es auch bloß keiner mitkriegt. Gut. Gut. Das ist nichts in der Demo. Okay. Kommen wir mal zu einem Thema, was irgendwie schon länger hier so ein bisschen auf dem Pad rumeiert und was jetzt in der letzten Woche noch mal so ein bisschen Präsenz gewonnen hat. Das ist diese Krise in Katar. Genau, Philipp. Und da muss ich gestehen, diese Woche war bei mir wegen Endspurts vor dem Urlaub relativ busy, aber du hast dir das mal genauer angesehen. Ich habe das so ein bisschen mitgelesen. Also man muss sagen, Katar ist ein merkwürdiger Staat. Also das muss man mal, muss man mal so sagen. Erstens fängt damit an, Sack klein. Der ist so 180 von links nach rechts und 80 von oben nach unten, irgendwie sowas Kilometer. Also das ist, das ist nicht viel. Und die sind mega reich. Katar ist richtig reich. Genau, die sitzen auf so einem Gasfeld und sind so der weltgrößte Exporteur von Flüssiggas. Und wenn man das mal so, was die so an Dienstleistungen und Produkten so in die Welt setzen, wenn man das mal so umrechnet auf die Einwohner, dann verdient jeder Einwohner von Katar im Jahr so Pi mal Daumen 128.000 Dollar. Im Schnitt. Wir reden jetzt hier nicht von dem Friedensengel und der demokratischen Insel in Arabien, sondern das ist wirklich eine Monarchie. Und die haben einerseits sehr enge Beziehungen zum Iran, haben aber auch gleichzeitig eine riesen amerikanische Airbase mit 10.000 Leuten, von wo aus die USA irgendwie ISIS bekämpfen und in Syrien fliegen und im Irak rumfliegen. Dann helfen sie sozusagen im Jemen mit, so iranisch unterstützte Houthi zu bekämpfen, unterstützen aber auch gleichzeitig in Syrien sozusagen Aufständische, die Irans Verbündeten, nämlich Assad unterstützen. Also die sind da sehr, sehr widersprüchlich und das ist ganz entscheidend, die sind halt Gründer und Finanzier von Al Jazeera, also so dem Nachrichtenkanal in der Gegend. Und das alles hat jetzt so ein bisschen dazu geführt, unter anderem, dass plötzlich vor einem Monat fünf Staaten, ja, arabische Staaten gesagt haben, hier, Katar ist doof. Wir kappen alle diplomatischen und wirtschaftlichen und Verkehrsbeziehungen zu Katar und stellen 13 Forderungen auf und wenn die nicht erfüllt werden, dann mal sehen. Und diese Forderungen waren halt Beziehungen zur Türkei einstellen, Beziehungen zum Iran einstellen, Al Jazeera dicht machen etc. 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 Und das waren allen voran Saudi-Arabien, die diese Forderungen aufgestellt haben, aber noch ein paar andere, Ägypten auch vor allem weg, weil unter anderem Katar eben auch die Muslimbruderschaft unterstützt, die halt in Ägypten lange gegen den Staat gekämpft hat, bis sie halt von dem ägyptischen Regime unterdrückt wurde. Also da sind sozusagen eine Menge arabische Staaten aufgetreten und haben mal, sagen wir mal, Katar isoliert. Ja. So, die haben die Kataris ausgewiesen, haben selber ihre Leute aus dem Katar abgezogen, es gibt quasi, die Grenzen wurden nicht gemacht und so, also richtig so. Die wurden so langsam so zum Outcast. Genau, die waren aus diesen genannten Gründen, vor allen Dingen wegen Al Jazeera, was vielen Autokratien da in Arabien, im arabischen Raum sowieso stinkt. Achso, das heißt, es geht im Kern auch darum, dass Al Jazeera einfach ein Pan-Arabischer Nachrichtenkanal im Grunde ist, der den ganzen arabischen Raum versorgt, natürlich auch im Westen viel gesehen wird. Und den können halt die einzelnen Staatschefs, die Saudis und wer da sonst noch so rumrennt, eben einfach nicht so effektiv kontrollieren. Nee, genau, können sie nicht kontrollieren und der nervt sie sowieso seit Ewigkeiten. Und dann haben sie halt 13 Forderungen aufgestellt und Ultimatum gesetzt und dieses Ultimatum ist verstrichen. Und jetzt war immer so die Frage, warum jetzt? So, warum auf einmal jetzt? Was ist der los? Was war quasi der Auslöser dafür? Der Tropfen, der das fast zu überlaufen brachte. Und da wird allgemein so dieser Besuch von Trump in Saudi-Arabien immer genannt, der ja, sagen wir mal, bei den Saudis so dieses Gefühl ausgelöst haben könnte, hey, die Amerikaner unterstützen uns, nennen uns als so den wichtigsten Bekämpfer von Terrorismus in der Region und sehen uns als den größten Faktor, um den iranischen Einfluss in der Region zurückzudrängen. Und dadurch waren sie halt offensichtlich ermutigt, diese Allianz zu schmieden und mal gegen Katar vorzugehen. Und siehe da, die USA, das macht die Sache noch viel komplizierter, ist halt so gespalten. Trump ist auf der Seite von Saudi-Arabien und sagt, ich bleibe dabei, was ich da in Saudi-Arabien gesagt habe. Rex Tillerson, der Außenminister, ist da ein bisschen moderater und eigentlich eher auf der Seite von Katar. So, was natürlich das irgendwie ein bisschen kompliziert macht, das zu schlichten. Und jetzt ist es also so, jetzt ist dieses Ultimatum verstrichen und alle hatten natürlich Angst letztlich vor einem bewaffneten Konflikt. Das war sozusagen das, was dahinter stand. Das fehlt so gerade noch. Das ist so das Letzte, was man in der Region braucht, jetzt einen bewaffneten Konflikt unter den arabischen Staaten. Und deswegen ist unter anderem auch Sigmar Gabriel letzte Woche in die Region geflogen und hat mit beiden Seiten, mit den Saudis und mit den Kataris geredet und auch mit den USA gesprochen. Und sein Fazit aus diesen Gesprächen, das hat er heute Morgen im Deutschlandfunk so erklärt. Nein, gemeinsam mit den Amerikanern und auch den Kuwaitis, die ja die Kuwaitis, die dort ja versuchen eine Vermittlerrolle einzunehmen, hatten wir schon den Eindruck, dass es tatsächlich am Anfang die reale Gefahr einer militärischen Eskalation geben könnte. Ich glaube, dass die zurzeit nicht existiert. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Emotionen und auch Dinge eine Rolle spielen, die für uns als Europäer schwer zu durchschauen sind. Das sind ja zum Teil auch Familienauseinandersetzungen, die es dort gibt. Aber ich glaube, diese Gefahr der Eskalation ist gebannt. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen, dann war ja die Frage, warum ist das denn gebannt? Und dann sagte er, na gut, das Ultimatum ist halt verstrichen. Und Tenor war so, diese 13 wirklich sehr konkreten Forderungen, die die Kataris auch so als Eingriff in ihre nationale Souveränität gesehen haben und einfach strikt weg abgelehnt haben, die sind jetzt nach diesen Gesprächen und nach diesem Verstreichen des Ultimatums von Seiten der Saudis und auch der Ägypter so aufgeweicht worden. Die vier Staaten, die dort gesagt haben, Katar müsse sozusagen isoliert werden, sagen jetzt, wir wollen von Katar, dass sie Terrorfinanzierung einstellen, dass sie keine Terroristen sozusagen Schutz bieten, dass sie aufhören in der Region zu intervenieren. Aber zum Beispiel alle anderen Forderungen werden gar nicht mehr angesprochen. Es wird nicht mehr gefordert, dass es keine Beziehung mehr zum Iran geben soll. Es wird nicht von der Ausweisung der Türkei geredet und manches andere auch nicht. Und jetzt wird jetzt sehr genau aufgepasst, dass sozusagen keine Forderungen mehr erhoben werden, die die staatliche Integrität, die Selbstständigkeit Katars infrage stellt. So, und das ist so ein bisschen Stand der Dinge. Die Kataris können das, glaube ich, sehr, sehr lange aushalten. Die sitzen auf sehr viel Geld, fangen auch an, Kühe einzufliegen und so, weil ihnen die Milch ausgeht. Also die scheuen echt keine Kosten und Mühen, um sich da am Leben zu halten, weil Geld spielt einfach keine Rolex. Das muss man bei denen einfach so sagen. Und der eine Banker, den hat die New York Times so zitiert, hey, wir halten das hier noch eine Weile aus. Dann haben wir halt statt fünf Hausmädchen haben wir halt nur drei. Läuft. Also das ist, glaube ich, der Punkt, auszuhungern, ist, glaube ich, schwer. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt weiter? Die Forderungen wurden schon abgeschwächt. Muss man mal sehen. Also Gabriel sagt, die Gefahr eines Konflikts ist gebannt. Aber das ist jetzt momentan der Status. Da spielt natürlich dann auch dieser Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten eine große Rolle. Und so, keine Ahnung, das ist so ein bisschen Stand. Das ist ein Stand der Ding. Ende offen. Aber Ende offen. Aber ich finde ja erstmal diese Information wirklich wichtig, dass jedenfalls unmittelbar da keine Kriegsgefahr wurde. Genau. Also da muss man sagen, der Vorwurf, ein Vorwurf an die Kadarik war eben auch, sie finanzieren Terrorismus. Das stimmt sicherlich. Also sie finanzieren diverse Gruppen, wirklich, die man als Terroristen bezeichnen kann. Nur, das tun alle anderen auch. Das tun die Ägypter. Das tun vor allen Dingen die Saudis. Also das ist allenfalls vorgeschoben. Den Schuh können sie sich da alle anziehen. Ja, keine Ahnung. Das ist so das, was ich so gelernt habe über dieses Ding. Das finde ich aber wirklich interessant, denn es klang in den Medien teilweise doch diese Woche deutlich alarmistischer an. Ja, es klang sehr alarmistisch und man fragt sich auch, wieso. Ich habe mich immer gefragt, wieso jetzt? Was ist denn neu daran? Ja, also ja, sie finanzieren diese Gruppen, aber das tun sie schon, das tun sie nicht erst seit gestern. Ja, und ich glaube, dieser Besuch, das war so das, was ich an mehreren Stellen gelesen hatte, der Besuch von Donald Trump in Saudi-Arabien. Der hat den Saudis wohl, sagen wir mal, so Auftrieb gegeben. Und moralisches Backing, da jetzt mal harte Kante zu zeigen, gegen einen Staat, der sich schon ewig nervt. Und vor allen Dingen mit Al Jazeera, mit ihrer widersprüchlichen Außenpolitik, die irgendwie nicht so richtig zuzuordnen ist. Die mal dem einen, mal für den Iran auf der anderen Stelle, aber auch mit den Saudis im Jemen, gegen irgendwelche Truppen, die auch vom Iran unterstützt werden. Also das hat sie schon immer genervt und jetzt haben sie halt mal diese Blockade hochgezogen. Und jetzt mal gucken, also sie ist noch aktiv, es ist unklar, wie es endet, aber zumindest nach Gabriels Einschätzung scheint die unmittelbare Gefahr eines bewaffneten Konflikts in der Region, in der es ja eh schon Lichterloh brennt, erst mal gebannt. Ja, wenigstens das. Ja, Philipp, wir müssen uns nochmal ganz kurz nach Hamburg schalten. Ich habe jetzt mal auf Twitter ganz kurz geschaut, was denn so die Ereignisse des heutigen Abends sind. Heute war ja eine große Demo angekündigt, die Welcome to Hell, Willkommen in der Hölle, was wohl eigentlich zunächst mal sich nicht auf Krawalle bezog, sondern die Idee ist wohl, die Weltordnung, für die G20 steht, als Hölle auf Erden quasi zu beschreiben. Ja, und da scheint die Polizei auch kein sehr gutes Bild abgegeben zu haben. Der Norddeutsche Rundfunk berichtet, dass die Polizei eine völlig friedliche Demonstration aufgelöst hat, wohl mit Wasserwerfern und Tränengas. Und zwar einfach nur deswegen, weil unter etwa 8000 Menschen, wohl einige Hundert sich vermummt hatten. Es gab also einen Block, der aber, und das sagt der NDR ausdrücklich, friedlich geblieben ist. Und die Polizei hat diesen Block, obwohl er friedlich war, wohl zum Anlass genommen, die ganze Demo platt zu machen. Und das passt wieder, ich weiß nicht, wie empfindest du das? Ja, also ich muss immer daran denken, man kann gegen die Berliner Polizei sagen, was man will. Aber der Umgang mit dem 1. Mai, glaube ich, da sind die schlauer vorgegangen. Das muss man sagen. Die haben einfach, die hatten auch mal ihre Phase, wo sie genau so gehandelt haben. Schwarzer Block, zack, drauf, weg, auflösen, Ende der Durchsage, du bist doof, weg damit. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, auch im Rahmen der letzten 1. Mai-Kundgebung hat die Polizei, die Berliner Polizei da über die Stränge geschlagen und so. Aber unterm Strich, würde ich sagen, haben die doch in den letzten Jahren, zumindest verglichen mit den 80er Jahren, sehr viel mehr Gelassenheit an den Tag legen. Das muss man wirklich sagen. Und sehr viel mehr sich zurückgehalten, sich nicht haben provozieren lassen durch sowas, nur weil ein paar Leute vermummt irgendwo rumstehen, lösen die nicht gleich die Demonstrationen ab. Genau, und das ist halt einfach eine Frage der Klugheit. Dazu kann man, muss man jetzt natürlich sagen, aus der rein juristischen Perspektive, es gibt das Vermummungsverbot. Ja, das heißt, es ist ein Paragraf im Versammlungsgesetz, der es unter anderem eben verbietet, sich zu vermummen. Das ist eine Straftat. Das heißt, theoretisch hat die Polizei das Recht zu sagen, du hast eine Straftat begangen, jetzt stellen wir mal deine Personalien fest. Beispielsweise. Und schlimmstenfalls könnte man auch auf den Gedanken kommen, eine Demonstration aufzulösen, weil ja eben die Begehung von Straftaten eine Verletzung der öffentlichen Sicherheit ist. Also formal juristisch kann man da eine Menge machen. Formal juristisch kann man das irgendwie bestimmt gesund beten, was die gemacht haben. Aber es ist eben genau der Punkt, den du gesagt hast, Philipp, das ist halt politisch total bescheuert. Und was passiert natürlich jetzt in Hamburg, wenn man das so auf Twitter verfolgt, jetzt sind diese Leute über die Stadt verteilt, überall bilden sich jetzt, ich sag mal, Spontandemonstrationen, überall werden Barrikaden gebaut, die Leute bewaffnen sich mit Pflastersteinen. Und die Polizei verliert völlig die Nerven der Bild-Reporter. Ja, Bild muss man ja wissen, ist normalerweise in 90 Prozent der Fälle mindestens so der, quasi das Hausblatt der Polizei. Die Bild beklagt sich schon, also Bild-Reporter, ein Herr Schneider, der twittert unter Chefreporter NRW, schreibt, Polizei geht bei Ausschreitungen der Welcome to Hell auch aggressiv gegen Journalisten vor. Völlige Eskalation. Also wenn man das so hört, anscheinend verliert die Polizei in Hamburg gerade völlig die Nerven. Sieht so aus. Und wie gesagt, also da kann man sich an der Berliner Polizei, finde ich, schon ein Beispiel nehmen. Die machen nicht alles gut, auch da werden Leute misshandelt, ohne dass sie was getan hätten. Habe ich auch in Kriegsverhandlungen gesessen, habe ich auch alles gesehen live vor Ort. Ich habe wirklich mehrere von diesen 1. Mai-Nummern intensiv mitgemacht. Aber unterm Strich, so als Strategie, wir halten uns erstmal im Hintergrund, wir lassen uns nicht durch jeden Scheiß provozieren. Versuchen die Demo im Prinzip durchzuziehen. Wir isolieren einzelne Straftäter. Straftäter, so. Das ist, das ist nicht 100 Prozent perfekt, aber es klingt erstmal so, als wäre es um Größenordnung schlauer, als das, was die Hamburger da jetzt machen. Ja, Jutta Dittfurt auf Twitter. Jutta Dittfurt, muss man wissen, so eine der Alt-Ganz-Linken bei den Grünen. Ja, heute aber bei den Grünen, glaube ich, weiß nicht, ob sie noch Mitglied ist, jedenfalls ist sie nicht mehr in der Innenfunktion. Jutta Dittfurt twittert gerade so schön, vier Wasserwerfer und zwei Räumpanzer direkt vor der Demo Polizei-Waffen-Messe-Doppelpunkt zeigen, was sie in Diktaturen exportieren wollen. Das will ich mir nicht zu eigen machen, aber das zeigt halt eben, welchen miserablen Eindruck einfach so eine Polizei-Waffen-Show in Hamburg da präsentiert. Ich finde das total traurig, ich will jetzt nicht auf der, insbesondere will ich nicht auf den einzelnen Beamten rumhacken. Denn das muss man immer sagen, der einzelne Beamte kann für diesen Quatsch nichts, das muss man immer dazu sagen, für die ist das überhaupt kein Spaß, die werden da im Grunde auch von der Polizeiführung verheizt. Aber ich denke, politisch ist das in Hamburg jetzt schon, ist jetzt schon das Konzept gescheitert. Sieht nicht gut aus. Und das muss man dazu sagen, Rot-Grün, also das ist was, das muss man wirklich mal dazu sagen. Also Sozialdemokraten und Grüne bekleckern sich da nicht mit Roben, wenn gerade diese beiden Parteien, jedenfalls die Grünen, stehen ja eigentlich für Bürgerrechte, Demokratie und eher eine friedliche Kritik an G20. Und wenn die ihre Polizei derart eben da von der Kette lassen, dann muss man schon sagen, also ich persönlich bin irritiert. Und wie gesagt, aber das ist natürlich, der Innenminister ist Sozialdemokrat, der macht seinen Job aus meiner Sicht auch nicht gerade perfekt da. Na gut. So, wir haben ein bisschen Kritik eingesteckt und zu Recht einstecken müssen daran, dass wir uns dem SPD-Parteiprogramm und den Steuervorstellungen der SPD sehr intensiv gewidmet haben. Wohingegen wir die Programme und Ideen all der anderen Parteien mehr oder weniger haben rechts oder links oder in der Mitte liegen lassen. Das ist wahr. Und das stimmt leider. Geht gar nicht. Da haben wir einfach, das haben wir einfach verpennt. Jetzt wäre es natürlich heute die Gelegenheit gewesen, sich das CDU-Wahlkampfprogramm mal vorzunehmen, beziehungsweise das Regierungsprogramm, also was sie machen wollen, wenn sie denn jetzt nochmal an die Regierung kommen. Aber da muss ich ehrlich sagen, da hatten wir nicht die Gelegenheit, das zu lesen und wir haben uns dazu entschlossen, bevor wir das jetzt so halbgar durchkauen und überfliegen, lassen wir es aus und versprechen, dass wir nach der Sommerpause uns die Programme der Parteien ansehen. Genau. Also das muss man dazu sagen, wir haben das SPD-Programm in der Woche vorgestellt, weil das da gerade aktuell war. Das ist quasi jetzt nicht speziell ausgewählt worden, weil wir speziell über die SPD berichten wollten, sondern weil das in der Woche eben dran war und weil es in den Medien so viel Widerhall gefunden hat, auch relativ positiv aufgenommen worden war. Aber natürlich ist es journalistisch, die viel bessere Herangehensweise, entweder alle zu kritisieren oder keins oder idealerweise sogar die direkt zu vergleichen. Und deswegen haben wir uns gesagt, das schaffen wir jetzt heute nicht mehr, die alle aufzuarbeiten, haben wir diese Woche nicht geschafft, das machen wir nach der Sommerpause. Genau. Passt dann auch wunderbar, denn dann ist es kurz vor der Bundestagswahl. Vielleicht lohnt sich das sogar mal einen großen Block zu machen oder fast eine Sondersende. Mal gucken. Mal sehen. Also jedenfalls, das ist berechtigte Kritik, den Schuh ziehen wir uns an und versprechen halt Besserung dann nach der Sommerpause. Genau. Donald. Donald. The Donald. Trump der Woche ist wieder, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, jedenfalls hat Donald Trump ein Video gepostet, in dem er, ein älteres Video, ja, in dem er damals noch als TV-Star am Rande eines Wrestling-Wettbewerbs einen Mann quasi umrennt, zu Boden wirft und vermöbelt und der Kopf dieses Mannes wurde in dem Video, was Donald Trump rumgeschickt hat, ersetzt durch ein CNN-Logo. So nach dem Motto, Donald kommt und vermöbelt CNN. Das haben viele nicht so gut gefunden. Journalisten, aber auch viele Republikaner fanden das geschmacklos. Journalisten haben sich beklagt, dass das ja letztlich ein Aufruf zur Gewalt sei und Gewalt fördern könnte gegen Journalisten. Ich weiß nicht, ihr habt davon bisher jetzt noch nichts gehört, dass das irgendwie groß in die Realität umgesetzt worden wäre. Trotzdem ist es natürlich für sich nicht indiskutabel. Also ich sag mal so, es zeigt letztlich Gewaltfantasien. Das bedeutet jetzt nicht, dass Trump vielleicht selber zulangen möchte, aber ich denke, das zeigt schon sehr deutlich, wie unmittelbar er sich angegriffen fühlt von der Presse. Und was da ganz offensichtlich für Aggressionen bis hin zu Hass in ihm aufkommen müssen, damit er ein solches Video selber tweetet. Und interessanterweise ist das dann ja sogar von dem offiziellen POTUS-Account retweetet worden. Es gibt ja den Real Donald Trump, was im Grunde sein persönlicher Twitter ist. Und dann gibt es den mit dem Präsidentenamt verbundenen Twitter, der POTUS, also President of the United States, P-O-T-U-S, T-U-S. Und der hat den Tweet von Real Donald Trump retweetet. Genau. Und das wird, glaube ich, gemanagt von seinem Social-Media-Mann, der früher mal sein Golf-Caddy war. Ja. Was? Das ist auch geil. Ja. Aber weißt du, das hatten wir ja auch schon verschiedentlich, das wusste ich nicht, Willi, aber das hatten wir ja auch schon verschiedentlich, dass einfach die persönliche Loyalität über alles geht. Ob der Mann überhaupt weiß, was Twitter und Facebook ist, ist letztlich Wumpe, ne? Hauptsache der steht bedingungslos zum Donald. Gut. Also ich weiß nicht, ja, also das häuft sich natürlich und viele fragen dann auch, ja, muss man denn da immer drüber berichten? Jetzt kümmert euch doch um die Gesundheitsreform. Oder, oder, oder. Das sind doch alles Ablenkungsmanöver. Und trotzdem kannst du es nicht ignorieren. Du kannst nicht ignorieren, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sowas twittert. Ja. Das ist, also, ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, was man dazu sagen soll. Nein, ich denke, Philipp, da muss man sagen, da können wir einfach nur in Anführungsstrichen unseren Job machen, indem wir versuchen, die Dinge beim Namen zu nennen und so ein bisschen einzuordnen, ne? Ja. Wie heißt das doch so schön jetzt der, der Untertitel der Washington Post, ne? Democracy dies in darkness, ne? Die Demokratie stirbt in der Dunkelheit, ne? Man braucht halt einfach Menschen, äh, Journalistinnen, Journalisten, die berichten, was passiert und die die Dinge dann auch kritisch hinterfragen, ne? Also, ich wurde neulich mal in einem Interview gefragt, ob ich mich als Journalist sehe, das habe ich verneint, weil ich denke, da, also weiß ich nicht, da habe ich, dazu habe ich zu großen Respekt vor diesem Beruf, ne? Also, ich bin, mache das ja hier mit jetzt hobbymäßig, äh, aber ich denke, dass wir schon einen gewissen journalistischen Anspruch hier haben sollten bei der Lage. Ja, so sehe ich das jedenfalls, ne? Also, das haben wir ja auch ein paar Mal gemacht, indem wir einfach Sachen weggelassen haben, wo unklar war, wie die Faktenlage ist. Genau. Zum Beispiel. Wir haben aber noch ein paar Fakten für euch, und zwar zum Stichwort Kinderporno-Ring ausgehoben, das hast du noch recherchiert, ne? Genau, da gibt es noch nicht so viel, weil die Pressekonferenz der Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt, die findet morgen um neun Uhr erst statt, wo dann auch nochmal mehr Details bekannt gegeben werden. Heute, äh, stand heute, Donnerstagabend ist nur bekannt, dass, äh, quasi ein Forum, glaube ich war es letztlich, namens Elysium mit 87.000 Nutzern stillgelegt worden ist, vom Netz genommen wurde und, äh, der mutmaßliche Betreiber, ein 39-jähriger Mann aus dem hessischen Landkreis Limburg-Weilburg, ähm, identifiziert und schon im Juni festgenommen worden ist. Also wir haben jetzt den 6. Juli, also schon vor mindestens einer Woche festgenommen wurde. Und wie gesagt, 87.000 Nutzer in diesem Forum, was wohl genutzt wurde, A, um, sagen wir mal, materialdokumentierten Kindesmissbrauchs auszutauschen, aber um sich eben auch für Missbrauch an Kindern, Kleinstkindern zu verabreden. Also, da wird einem schon, also schlecht, also, wenn ich das, wenn ich das nur, als ich das gelesen habe, war mir schon schlecht und wenn man es jetzt ausspricht, wirklich auch 87.000 Leute, ja. Ja, 87.000. Innerhalb eines Jahres, also das gab es wohl noch nicht so lange, das gab es wohl ab 2016, stand in der Pressemüllteilung, ähm, und innerhalb dieses kurzen Zeitraums haben sich so viele Leute dort angemeldet. Jetzt weiß man immer nicht genau, ne, wie viele haben das denn wirklich dann aktiv genutzt und so. Aber das klingt schon echt, echt, echt übel. Und, äh, das muss man auch noch dazu sagen, dieses Forum war im sogenannten Darknet. Sprich, es war nur mittels eines Tor-Browsers und der Tor-Technik zu erreichen, ja. Also, einer Technik, die letztlich verhindert, dass man ergründen kann, wo ein Server steht und wer ihn wirklich anbietet. Und man kann auch nicht ergründen, wer dieses Forum besucht, sondern das muss man halt anders machen. Jedenfalls normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Selle, man hackt den Server, ne? Genau, das ist, ich habe ja vor einer Weile auch mit diesem, ähm, Alexander May oder Andreas May, heißt der, glaube ich? Ich glaube, Andreas, mhm. Das ist der, das ist der, der Oberstaatsanwalt da in Frankfurt von dieser Schwerpunkt, Staatsanwaltschaft, äh, Cyberkriminalität, die jetzt halt auch diesen Ring ausgehoben hat. Mit dem habe ich vor einer Weile gesprochen und ich halt mal gefragt, ob er denn jetzt für sowas ist, was er von so Forderungen hält, Darknet abschalten. So, meinte er, technisch totaler Humbug, äh, nicht zu machen, äh, will er auch gar nicht. Sondern er sagt, seine Ermittlungsansätze gehen halt immer vom Faktor Mensch aus. So, ne? Also, er hat halt auch, äh, die Waffe des Münchner Attentäters, äh, quasi verfolgt und den gefunden, der sie gekauft, beziehungsweise verkauft hat. Ja. Weil er sagt, das Prinzip ist immer ähnlich, ähm, dass die Ermittlungen in diesen, in diesen Bereichen, sagt er, funktionieren immer in aller Regel überall verdeckte Ermittler. Also Leute, die sich halt, na, dort vorstellen, tun, als würden sie was kaufen wollen. Ja. Ja, und dann irgendwie kommunizieren mit denjenigen, die das dann anbieten und dann, ne, versuchen sie die halt auf unsichere, vermeintlich unsichere Kommunikationswege zu locken, um ihnen dann auf die Schliche zu kommen. Und im Idealfall halt sowas, im Fall von Waffenverkäufen, eben Händleraccounts zu übernehmen und damit dann, ja, Vertrauen und sozusagen diese Netzwerke auszuspionieren und beziehungsweise aufzuhellen. Und dann, äh, die Leute halt im realen Leben, äh, zu treffen. Denn er sagt, diese Waren, die da in der Regel bestellt werden, sei es Waffen oder sei es eben, äh, ne, Filme von Kindesmissbrauch, die müssen halt irgendwie dann irgendwann ans Ziel kommen. Also, ne, und, äh, weil von Waffen im realen Leben übergeben werden. Und da sieht er halt sozusagen die Ermittlungspunkte, die Ermittlungsansätze, so, ne, wie das jetzt genau in diesem Fall, äh, vonstatten gegangen ist, weiß ich nicht. Aber auch da müssen sich dann die Leute irgendwann im realen Leben mal getroffen haben. So, bei dem, was zu, zu dem, was sie sich da halt so alles verabredet haben. Aber das war so ein bisschen sein, das, was, was, was er da so mitgenommen hat. Ja, also jetzt nicht speziell bezogen auf diese Ermittlungen, aber auf, bezogen auf eben diverse andere Ermittlungen, die wahrscheinlich vom Prinzip her ähnlich abgelaufen sein dürften wie diese Ermittlungen jetzt hier. Ja, Punkt. Mehr gibt's ja zuerst mal nicht zu sagen. Wie gesagt, Darknet kann sich jeder mal runterladen, kann sich jeder angucken. Torbrowser ist ratzfatz installiert. Das ist nebenbei sowieso eine gute Idee. Also, das, finde ich, sollten wir bei der Gelegenheit nochmal kurz sagen. Stichwort Darknet. Es gibt zum einen einen sehr guten Film, der vor kurzem in der ARD... Haben wir auch schon mal erwähnt, aber der ist, wir haben ja immer ganz erfreulich viele Neuhörerinnen und Hörer und deswegen erwähne ich ihn nochmal. Autor ist Daniel Moosbrucker und Frau Dittert, genau, Frau Dittert, Andrea Ditter, Angelika Dittert, die ist ARD-Correspondentin in London. Die haben sich zusammengetan und einen Film gemacht über das Darknet. Sehr ausführliche Recherchen und da kann man eben das Gute und das Schlechte am Darknet sehen. Also, das Darknet ist eben einfach quasi eine Struktur innerhalb des Internet, die es, wie Philipp eben schon sagte, ermöglicht, über das ganz normale Internet jedenfalls grundsätzlich anonym zu kommunizieren, insbesondere auch seinen Standort zu verschleiern, seine IP-Adresse zu verschleiern und wie alles, wie jede Technologie kann man das gut und schlecht nutzen und dieser Film vom Daniel Moosbrucker, denke ich, der macht das sehr schön deutlich. Ich glaube, der heißt einfach auch Darknet, oder? Genau, ich habe es mal rausgesucht, dass Darknet Reise in die digitale Unterwelt. Wir verlinken das. Es gibt noch ein Follow-up, wir haben uns letztes Mal über den Fraktionszwang unterhalten, da gab es auch Rückmeldungen von euch, auch einige, die sich beklagt haben, wir hätten das zu positiv gesehen, so nach dem Motto, im Grundgesetz steht, die Abgeordneten sind ihrem Gewissen verpflichtet und nichts anderem, end of story. Ja, woher kommt dann dieser bekloppte Fraktionszwang, also dieser mehr oder weniger ungeschriebene Zwang, mit der Fraktion abzustimmen, wenn die sich denn einmal geeinigt hat, auch wenn das vielleicht nicht so 100 Prozent mit seinem Gewissen zu vereinbaren ist, weiß ich nicht. Also ich denke, wir haben sozusagen die pragmatischen, so parlamentarischen Vorteile haben wir genannt und wie gesagt, ich weiß das auch aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, aus der Zeit, als die Piraten dort noch drin waren und sich so diesem Fraktionszwang auch nicht so 100 Prozentig gebunden fühlten und verpflichtet fühlten. Und da kam halt die Rückmeldung aus anderen Fraktionen, Grüne vor allen Dingen, aber auch SPD, so nach dem Motto, hey, wir können mit denen irgendwie keine Verabredung treffen, wir reden mit dem Experten für Innenpolitik oder Sozialpolitik, machen mit dem irgendwie einen Plan und wissen aber nicht, dass seine 14 Kollegen und Kolleginnen dann dazu sagen und im Zweifel kreuz und quer stimmen. Also ich sage mal so, bei den Piraten im Abgeordnetenhaus hier in Berlin muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass die ja in der Opposition waren. Das heißt also, da musste man sich jetzt auch nicht so unbedingt auf sie verlassen, weil sie ja eben keine Mehrheit getragen haben. Also insofern Fraktionszwang bei Oppositionsparteien ist, sagen wir mal, etwas weniger, ja, was heißt abgemeldet, das muss man dazu sagen, es gibt ja nirgendwo ein Gesetz oder so, das haben wir ja auch eigentlich gesagt letztes Mal, das ist letztlich ein parlamentarischer Brauch und es ist letztlich eine Art Erwartungshaltung einer Fraktion an alle Mitglieder. Das ist, glaube ich, letztlich die richtige Beschreibung, es ist nirgendwo aufgeschrieben, was das bedeutet, sondern es wird einfach erwartet, dass man im Großen und Ganzen mit seiner Fraktion stimmt, mit der Mehrheitsmeinung in der Fraktion und wenn man das nicht richtig findet, dann muss man eben in der Fraktion opponieren und nicht später einfach im Plenum was anderes quer stimmen. Das ist im Grunde die Idee, dass man diese Konflikte innerhalb der Fraktion austrägt, aber wenn man dann in der Fraktion sich nicht durchsetzen kann, dann muss man auch mitziehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Einwände dagegen, weil das eben formal natürlich dann, kann man argumentieren, ist dann nicht mehr eine Gewissensentscheidung, sondern man stimmt dann eben eigentlich dagegen, die eigene Überzeugung ab, aber vielleicht ist auch nicht jede einzelne Entscheidung in einer fachpolitischen Frage eine echte Gewissensentscheidung. Das würde ich halt auch sagen, also wenn man halt, glaube ich, mal Abgeordnete fragt, wenn man sich da mal reinversetzt, wenn dann, weißt du, über die Stallgröße von Rinderhaltung in Deutschland abgestimmt wird und der innenpolitische Experte oder Expertin der, weiß ich nicht, CDU-Fraktion da abstimmen soll und realistisch kann sich nicht jeder über jedes Gesetz, was abgestimmt wird, eine fundierte Meinung bilden. Deswegen gibt es diese Arbeitsteilung und wenn dann der innenpolitische Experte oder die Expertin sagt, okay, Rinder größer, kleiner, wir haben da irgendwie den landwirtschaftlichen Experten oder Sprecher oder verbraucherpolitischen Sprecher, Sprecherin, die haben sich damit befasst und die sagen, Daumen hoch, Daumen runter, so. Dann ist das, glaube ich, keine Gewissensentscheidung. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also, ich glaube, mehr kann man da jetzt einfach nicht mal sagen. Rein puristisch würde ich sagen, ja, ist nicht optimal, aber letztlich ist es, glaube ich, okay. Okay, wäre meine Sicht der Dinge, das kann man. Ich glaube, wenn man diesen Brauch des Fraktionszwangs kritisieren will, dann würde ich eher sagen, nicht grundsätzlich, dass es sowas überhaupt gibt, sondern dann sollte man sich doch Gedanken darüber machen, ob nicht mehr Entscheidungen tatsächlich auch freigegeben werden sollten. Ob nicht einfach bei mehr Entscheidungen gesagt werden sollte, ja, okay, das machen wir jetzt mal nicht nach dem Mehrheitsprinzip, sondern das machen wir jetzt mal und so weiter und so weiter. Vielleicht ist das dann die eigentliche Lösung. Wir haben jetzt noch einen kleinen Hinweis auf ein ganz interessantes Projekt, das Freunde, Bekannte von uns machen. Jo. Und zwar geht es da auch um einen politischen Aspekt, deswegen erwähnen wir das hier. Es geht um das Projekt Datenspende Bundestagswahl 2017 von einer NGO, weiß ich nicht, ob man es schon so nennen kann, Vier-Mann-Truppe ist es, glaube ich, ist eine Frau dabei, weiß ich gerade gar nicht. Ja, 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 Lorena ist dabei. Lorena ist dabei, also drei Männer, eine Frau. Algorithmwatch.org heißt das Projekt und datenspende.algorithmwatch.org heißt dieses konkrete Projekt und worum geht es? Es geht einfach um die Frage, welche Macht hat Google auf die öffentliche Diskussion und Wahrnehmung von Themen rund um die Bundestagswahl? Also die Frage ist, personalisiert Google Suchergebnisse? Ja, wenn ja, nach welchen Kriterien? Und da haben die also dieses Projekt gestartet, Datenspende Bundestagswahl 2017. Wie funktioniert das genau? Man geht halt hin, datenspende.algorithmwatch.org, installiert sich in seinem Browser ein Plugin, Chrome oder Firefox und dieses Plugin startet sozusagen alle vier Stunden, wenn man denn online ist, eine Suche bei Google News nach, und zwar genau genommen 16 Suchen. Nämlich alle Namen der Spitzenkandidaten der Parteien und alle Namen der Parteien. Die werden, wird gegoogelt, wird auf Google News gesucht und das Ergebnis nach, was wird da oben angezeigt, welche News werden angezeigt und so weiter, das wird halt zu diesem Projekt zurückgespielt und die wollen das halt vor der Bundestagswahl dann auswerten, um zu gucken, was sehen wir? Sehen wir alle die gleichen Nachrichten zu diesen Suchanfragen? Sehen wir andere Nachrichten? Wie unterscheiden sich die Nachrichten, die wir sehen? Sprich, um rauszufinden, wie Google uns Informationen personalisiert präsentiert und damit auch eben auf unsere Wahrnehmung und die Diskussion dieses rund um das Thema Bundestagswahl Einfluss nimmt. So, um das zu dokumentieren. Ich habe mir das auch installiert. Das ist eine total brillante Idee, ehrlich gesagt. So, und da irgendwie mal rauszufinden, wie, ja, präsentiert uns Google eigentlich Nachrichten? Ja. Und wenn die sagen, wir speichern nicht eure übrigen Suchen zum Beispiel und, ne, also was ihr sonst noch googelt oder so, dann würde ich dafür sagen, dann ist das so, dann vertraue ich denen und insofern würde ich dazu aufrufen, geht mal hin, datenspende.algorithmwatch.org, installiert euch mal in Firefox oder in Chrome so einen Browser. Und lasst diese automatisierten Suchen mal durchlaufen und ihr helft damit, je mehr da mitmachen, desto, ja, aussagekräftiger wird halt am Ende die Aussage darüber, wie Google unsere Nachrichtenwahrnehmung beeinflusst. Ich bin so ein bisschen gespannt, ob Google da jetzt möglicherweise schon zum Gegenhack ausgeholt hat. Ja, Filter einbaut und das irgendwie detectet und so, keine Ahnung. Jedenfalls ist Algorithmwatch dabei und es wird eben auch unterstützt von den Landesmedienanstalten in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und der Technischen Universität in Kaiserslaut. Es ist eine super Idee, möglicherweise, und es ist ja vor allem, finde ich, eine wahnsinnig kreative Idee, ja, ich finde es also richtig toll, dass sie sich das haben anfallen lassen, möglicherweise muss man dann für einen späteren Hack mal die genau abgeschickten Suchanfragen einfach geheim halten, ne, das könnte ja auch eine Lösung sein, ne, denn wenn jetzt. Achso, wenn jetzt dauernd Suchanfragen zu Angela Merkel, aber die sind auch nicht so spezifisch, ehrlich gesagt, oder? Ja, ich weiß halt einfach nicht, ob das nicht, ja, ob da nicht irgendwie dann Google doch die Möglichkeit hat zum Beispiel zu gucken in Chrome, ja, dem Google Browser, jedenfalls haben sie vermutlich die Möglichkeit zu schauen, welche Plugins aktiviert sind. Welche Plugins aktiviert sind und welche suchen von diesen Plugins vielleicht initiiert wurden oder so, ne, das, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, vielleicht ist es aber auch nicht so groß, ne, bisher, dass das irgendwie relevant ist, keine Ahnung, aber ein Versuch ist es wert und mitmachen ist auf jeden Fall lohnt. Ich habe noch eine kleine, kleine Anekdote vielleicht jetzt, wir wollten ja eigentlich das Breitbandthema nicht machen, ich habe nur eine kleine Anekdote, die ich noch beischauen wollte. Und zwar geht es ja jetzt um diese Frage Breitbandausbau in Deutschland und warum ist das so schwierig und warum dauert das so lange und, und, und. Und da ist mir bei so einer Recherche, die ich irgendwie gerade anstelle und die Ergebnisse werden wir sicherlich dann irgendwie auch nochmal hier präsentieren, aber ein interessantes Ding irgendwie untergekommen und zwar, man denkt ja dann, okay, also wenn sich ein Landkreis, ja, dazu entschlossen hat, wir machen jetzt hier Glasfaser und zwar Glasfaser bis nach Hause. Dann ist das eigentlich gut, dann ist das ein Jackpot. Großartig. Das ist großartig. Das Programm der Bundesregierung kann man sich ja bewerben, vier Milliarden Euro werden da verteilt, Landkreise, Kommunen können sich bewerben und sagen, hey, wir wollen hier Glasfaser bis an die Türen unserer Bürger legen und wir hätten dafür gerne bis, glaube ich, maximal 70 Prozent Förderung. Und dann können Sie beim Land, beim Bundesland, beim Bundesland auch noch welche besorgen. Finden wir doch gut, oder? Und Sie selber müssen halt, glaube ich, mindestens zehn Prozent der Kosten drauflegen. Das, finde ich, klingt erstmal nach einem guten Prinzip und wenn Sie sich dann, wie der Landkreis Uelzen, dafür entscheiden, wir machen Glasfaser bis an die Häuser, dann würde ich sagen, sind die da auf dem richtigen Weg, zukunftssicher und alles ist gut. Und dann denkst du, Pustekuchen. Denn es gibt kulturelle Phänomene, die diesen Glasfaser-Ausbau bis an die Haustür verhindern. Und zwar ist es nämlich so, der Landkreis Uelzen sagt, wir haben die Förderung eingeworben, alles gut, dann gehen Sie hin und suchen sich eine Firma, die das für Sie macht. Das ist auch soweit okay, haben dann Lünekom gewählt und beauftragt Lünekom, mach mal Glasfaser in unseren Landkreis. Lünekom unterteilt den Landkreis in sieben oder acht Cluster, so einzelne Gemeinden und sagt, okay, in diesen Clustern von dem Landkreis, in diesen Gemeinden, machen wir Glasfaser bis an die Haustür, wenn 60 Prozent der unterversorgten betroffenen Haushalte vorneweg einen Vorvertrag abschließen. Und sagen, wenn Glasfaser hier mal liegt, dann bin ich Kunde bei euch. Dann buche ich diesen Tarif und dann bin ich Glasfaser-Kunde. So, und da haben dann die ersten Cluster im Landkreis gesagt, ja, ist ja gar kein Ding und so, Glasfaser ist doch super. Machen wir. Das ist doch ein Nobel. Sind wir dabei. Das läuft doch von selber. Und stellen jetzt auf einmal fest, oh, die 60 Prozent haben wir nicht erreicht. Und dann gibt es nämlich in dieser Gemeinde, in diesem Cluster von ein paar Gemeinden, kein Glasfaser. Gar kein Glasfaser. Null. Niente. Und die sitzen weiter auf ihrem Kupfer und das war es dann. Mit zwei Mbit dauernd. Und jetzt wachen nämlich so die anderen Cluster, so der Reihe nach, in diesem Landkreis wachen auf und merken, ey, das ist alles andere als ein Selbstläufer. Wir müssen hier echt Attacke machen und die Leute überzeugen. Weil ganz viele Leute, die kriegen dann so einen Schrieb, ja, sagen hier Glasfaser wollt ihr, ja, nein, kostet dann mal 39 Euro irgendwann, wo wir sagen, Glasfaser, 39 Euro, ja, wo kann ich unterschreiben, nämlich drei Anschlüsse auf einmal, ja. Auf einen Reserve, ja. So, ja, wohingegen die Leute dann sagen, ach, ich zahle jetzt 20, warum soll ich dann 39 zahlen, ich bin seit 50 Jahren bei der Telekom, ich will nicht wechseln, ja, warum soll ich das denn machen, so. So, stellt sich raus, das ist echt ein total komplex kulturelles Problem, diese Leute davon zu überzeugen und sie müssen nur sagen, ja, ich will dann irgendwann und dann kriegen die für 39 Euro Glasfaser, sie müssen nichts machen. Wie geil ist das denn? Ja, sie müssen nichts machen, sie kriegen Glasfaser nach Hause, ja, und stellt sich raus, ist total schwer und jetzt kenne ich halt da ein paar Initiativen, die halt wirklich jetzt von Haustür zu Haustür gehen und da Propaganda machen für Glasfaser. Also, und das Argument, was dann offensichtlich wohl bei vielen zieht, ist, dein Haus wird irgendwann nichts mehr wert sein, wenn du hier Kupfer hast. Oh, und dann sagt sich natürlich jeder, wer weiß, ob ich mein Häuschen mal irgendwann beleihen muss. Ich kenne die, ich kenne die Mieter und Eigentumsquoten da nicht, ich vermute, dass sie aber höher sind, also dass es mehr Eigentümer gibt als in der Stadt. Ja klar, das vermute ich jetzt einfach mal. Ja, nein, das weiß ich so, also jetzt nicht konkret für den Landkreis, aber generell ist die Eigentümerstruktur so, dass auf dem Lande die allermeisten Leute einfach Eigentum haben. Also, wenn wir weniger Mieter sind und so und dass das ein Argument ist und wo ich auch sage, also, also du hast schon Land und das ist schon eine schwierige Region, ja, und jetzt kriegst du die Möglichkeit, dass da Glasfaser ins Haus gelegt wird und in 20 Jahren ist das Standard hoffentlich, ja, und dein Haus hat kein Glasfaser. Ja, das ist wie, du bist dann, wie, 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 du hast kein Warmwasser. Ja, das ist, das ist so ein Once in a Lifetime Ding, ne, dass man eben die Faser ins Haus kriegt. Also, wenn du dann Glück hast und du, es wird dieses Quorum von 60 Prozent überschritten, du selber hast aber nicht mitgemacht, dann kannst du dir für 1700 Euro noch so eine Faser reinlegen lassen. Okay, aber wenn dieses Quorum, wenn ich erreicht, ja, dann ist deine Gemeinde raus, dann gibt es da kein Glasfaser und dann bist du echt gearscht. Ich habe halt noch mit einem Forscher gesprochen, der meint, 60 Prozent ist relativ hoch. Also, er meint, so ein, du hast, diese Firma hat natürlich auch ein wirtschaftliches Risiko, die wollen natürlich da nicht in jedem Fall Glasfaser reinmachen, sondern sicher sein, dass sie eine bestimmte Menge von Kunden haben. Er sagt, üblicher sind eher 40 Prozent, das kann aber jetzt auch an dem Landkreis liegen, das halt irgendwie relativ wenig oder relativ dünn besiedelt oder, oder, oder. Also, das war noch so ein Ding, wo man sagt, so 60 Prozent, das ist halt das, was die Firma mit dem Landkreis eigentlich aushandelt. Und er sagt, 60 Prozent sind eher viel, ja, aber dieses Quorum an sich ist total normal. Und, ja, genau. Also, meine Recherchen gehen jetzt eher so in die Richtung, eine Zahl, die ich rausfinden will, ist, wie viele dieser Projekte, die jetzt genehmigt wurden, aufgrund dieses Glasfaserausbaus, ne, 337 Projekte, was sind genehmigt worden? Also, Bundes-Dobrind-Minister für Infrastruktur und Internet sagt, irgendwie, dass über 90 Prozent der Investitionen bisher in Glasfaser gehen, aber es ist halt unklar, ob das Glasfaser ist, die einfach nur zum Kabelverzweiger führt und du hast auf der letzten Mal wieder Kupfer und VDSL. Das ist ja nun wahrlich nicht die Lösung. Oder, ob das Glasfaser ist, die wirklich bis an deine Türschwelle reicht, ja, bis in dein Haus rein. Und dieses Ding, das hätte ich, das habe ich bisher noch nicht gefunden, das hat mir bisher noch niemand sagen können, wie viele Projekte, wie viele, das, wie hoch ist der Anteil der Projekte, die finanziert werden, die wirklich Glasfaser bis nach Hause, bis nach Hause oder zumindest im Keller eigentlich finanzieren. Das ist eigentlich das Interessante daran und das habe ich bisher noch nicht herausgefunden. So, ne, aber mal sehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So ein Breitballausbau. In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage der Nation ist ausführlich erörtert. Und jetzt kommt uns gut durch die Sommerpause. Das war die letzte Lage vor der Sommerpause. Jetzt wünschen wir euch einige Wochen Sommer, Sonne und gute Erholung. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr Lust habt, hört vielleicht nochmal die ein oder andere ältere Folge nach. Ich habe jetzt gerade von einem Freund gehört. Der die Lage relativ spät entdeckt hat, der hat sich jetzt gerade durchgehört, also über die letzten Monate bis zur Folge Nummer eins. Insofern, wenn ihr in jüngerer Zeit dazugekommen seid und über den Sommer gern trotzdem Lage hören wollt, wie gesagt, wir bereiten auch so die eine oder andere Überraschung vor. Aber wir haben ja inzwischen 63 Folgen im Archiv. Die könnt ihr euch alle in eurem Podcast-Player runterladen, anhören. Das sind inzwischen vermutlich, schätze ich mal so, keine Ahnung, wie viele Stunden Lage. 100 Stunden Lage. Wenn nicht 150. Also das sehen wir ja auch an den Statistiken, dass wirklich noch viele, auch die älteren Folgen hören. Ich bin da ehrlich gesagt überrascht worden. Ich hätte, als wir das geplant haben und es in die Wege geleitet haben und in die Welt gesetzt haben, ehrlich gesagt gedacht, dass da eine Folge nach einer Woche dann Old News ist. So, ja, und nicht mehr gehört wird oder nicht mehr so attraktiv ist. Das scheint nicht so zu sein. Freut uns natürlich. Genau. Wir sind zurück Anfang September, haben wir gesagt. Ich glaube, 8. September oder sowas geht es dann wieder los. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, dass wir unterwegs noch ein bisschen was euch in den Feed werfen können. Das ist aber noch nicht so richtig sicher und versprochen ist es nicht, aber wir sind da guter Hoffnung. In diesem Sinne, macht es gut. Einen schönen Sommer. Bleibt uns gewogen. Wir wünschen euch Ulf und Philipp, so soll es sein. Bis ganz bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.